jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play do it 4 wir machen weiter mit der historischen superserie unter dem auftrag und wir sind zu gast in schweden ich kotze gleich ich mag diese strecke nicht das habe ich schon mal mit wir starten mit einem opel manta 4400 so rum ist es richtig willkommen auf die strecke ab wir haben wir wieder acht strecken 444 das ist klar dass wir damit wieder anfangen ja 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 so geht es so viel verlos 603 627 9,9 5 und dann 445 zum abschluss noch mal das ist ja gut wie die anstrecken jetzt auszählen 60 und 45 ok die morgen geht dann wieder kurz gut dann ist es halt nur schweden schweden eine neue klasse wir starten mit 6,03 kilometer rein geht schon wieder so gut los ein vorteil hat es auf jeden fall dass wir nächste woche den rest sehen durchziehen können sogar schon aber heute konzentrieren wir uns ja wieder auf den nächsten teil aus schweden wir starten mit einem opel vanta 400 so viele andere auch und gucken das verleihen ich will keine ich will keine ich will keine bitte ja bitte es war keiner fehler von mir so aufgeworfen und die ja du bist natürlich das auto wieder ein bisschen verbessern wir müssen also jetzt das auto wieder ein paar bild verbessern wir haben ja kohle ohne ende so wir wollen das auto von d auf b ab so dann gehen wir rein in die wb alles klar prüfe nur das wundgerät alles ok sehr gut so er fängt an mit drei minuten 57 so mal ein neues auto probieren in links 6 überwählen 60 rechts 6 80 überwählen links 5 lang links halb überwählen rechts 6 überwählen 60 aftung links 4 überwählen rechts 3 durchsenke macht zu so wollert es ist stein außen habe ich gefunden links 4 überwählen 80 rechts 4 links 4 durchsenke baumstelle außen das war mir fast klar dass der so ausbricht dass ich dann am ende doch in diese in diese steinhaufen klatsche rechts 3 durchsenke links 6 gucke 80 oh du bist doch fast noch zu rechts 6 steht das heute da steht weit genug von der strecke weg links halb überwählen sprung links 4 in rechts 5 durchsenke links 4 überwählen rechts 6 in links 5 überwählen in rechts 6 durchsenke ein bisschen mehr abwechslung wäre schön gewesen definitiv nicht immer nur dass man jetzt viermal miteinander achtrennen fahren als man miteinander achtren fahren muss hier in schweden aber naja die können sich eh nicht ändern die müssen es ja auch durchsenke kuppel senke rechts 4 überwählen rechts 6 in links 5 überwählen in rechts 6 durchsenke links 3 durchsenke kuppel rechts 3 durchsenke kuppel links 2 nach überwählen rechts 4 rechts 6 in links 5 überwählen rechts 6 durchsenke rechts 6 überwählen links 5 lang überwählen kuppel rechts 6 60 rechts 6 Baustämme in 80 überwählen links 5 lang links halb überwählen rechts 6 überwählen 60 rechts 6 in links 5 überwählen rechts 6 durchsenke rechts 6 links 6 minimal vorne rechts 6 90 rechts links 5 links 5 links 5 links 5 durchsenke auf jeden Fall letztlich das Auto schon ein bisschen angenehmer fahren als der vorige Wagen rechts 6 mittig halb überwählen 80 rechts 4 überwählen links 5 durchsenke und Achtung rechts 4 rechts 6 überwählen Sprung Achtung links 4 überwählen rechts 3 durchsenke macht zu 2 kuppel links 4 überwählen 80 links 3 durchsenke kuppel rechts 3 durchsenke kuppel links 2 lang überwählen rechts 4 rechts 4 kuppel links 3 lang überwählen kuppel kuppel 60 überwählen 60 rechts 4 überwählen so ein bisschen aufpassen dass wenn ich hier wieder ins irgendwelche Dings segel links 5 rechts 5 links halb überwählen links 6 durchsenke in kuppel vielleicht sprung 60 links 4 in rechts 2 lang überwählen kuppel bis Ziel gut dann haben wir den ersten teil schon mal erledigt so perfekt super ergebnis gut gemacht in rhein 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 5 So. So. Gut, dann geht es jetzt weiter und weiter hin. So. 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 So.